so leute lassen wir beim nächsten video und wie die ganze zeit schon dieses gameplay ist gesponsert von wizard of the chaos beziehungsweise ich wurde eingeladen auf einem free event mit zu spielen deshalb habe ich noch diesen free account und wie ihr wisst mittlerweile ich nehme das alles nur in einer reihe so in einem tag auf und ihr kriegt das nach und nach häppchenweise vorgeworfen und deswegen spielen wir jetzt das pixie deck das pixie mit dem pixie guide und eben der wild mage wo man einfach versucht möglichst viel und oft zu würfeln um möglichst viele coole wild mage zu bekommen das eine relative budget liste sage ich mal in anführungsstrichen budget ist nie einfach und deshalb gucken wir uns das deck mal an was das deck so kann da ist unser gegner unseren gegner mal an 225 ein nicol und dementsprechend gucken wir uns das mal an mit dem smith ist ganz cool, aber die Eule ist halt oh mein Gott, Priest of the Ancient Lore man kriegt ein Leben, man zieht eine Karte 3, 2, 1, wer auch immer da geschlafen hat das ist eine weiße Karte, die kann man doch nicht so mächtig machen was soll denn das? Ich hätte gerne ein Land gehabt ich hoffe mal, dass ich nächste Runde Land ziehe, ohne dass jetzt hier das Ding removed wird auch wenn das eine sehr, sehr vage Hoffnung ist Elspeth Conker's Death kostet ja zum Glück 5 okay, da kommt einfach nur die Eule Teleporting Circled Bring of your endstep Droll, Flickern Okay okay dann würde ich sagen aktivieren wir das mal Rollen wir mal ein paar Würfel Ich wollte den anderen haben doof ja gut, das ist halt man ignoriert den Loren kann sich nicht wie bei Cracks Thump wo man sich ja tatsächlich aussuchen kann welchen von beiden man nimmt das irgendwie aussuchen block ich mal hier in der Hoffnung, dass er nichts krasses hat mhm ja er kriegt ein Leben zieht eine Karte und nimmt sich zwei Karten das ist schon das ist schon mächtig so ein Verzauberungs Artefakt Ding Nick und wenn immer ein oder mehr Artefakte ins Spiel kommt äh krimmt dann plus 1 1 Mark auf den drauf okay das ist mächtig Omen of the Sea okay also wirklich so ein Artefakt Verzauberungs und Flicker Deck geil das ist hot wir hatten ja gestern oder vorgestern hatten wir ja das Jorion Control was ja nicht ganz so hart auf diese Schiene gegangen ist aber schon so ein bisschen deswegen ist das schon schon ganz cool ähm was tut das subtract the number of cards in your hand ne möchte ich nicht ich spiele einfach sie nur keine Angriffe greifen einfach gleich mit die Linie an ich glaube das Deck funktioniert noch nicht ganz so wie ich das möchte also es sieht glaube ich auf dem Papier ganz cool aus und wir haben ja auch schon ein paar Mal dagegen gespielt und ähm jedes Mal sieht's auf Papier ganz cool aus aber ich hab das Gefühl da fehlt noch so viel als dass man da damit einfach so spielen gehen kann No Blocks Hmm Circle of Teleportation Moment ja wahrscheinlich Uuuuh Artefakt or Creature oh mein Gott aber damit würde er jetzt alles aus dem Weg räumen oh mein Gott ich weiß nicht ob er sich damit einen Gefallen getan hat ähm ich kreiere Kopien davon oder davon werfe ich diese Runde nochmal in Münze nein mach ich nicht ich mach davon 18 take action 9 schade schade bam 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 glass skyscrap müssen wir auf jeden Fall countern können dementsprechend sagen wir mal entern wir haben immer noch ein Sword coming da kommt jetzt halt ne Menge wieder und das ist sehr sehr ungeil das tut jetzt schon weh weil der Value der da halt auch rauskommt der ist halt immens alter das ist schon schon nicht schlecht das Deck vom Gegner beeindruckt mich tatsächlich mehr als unseres unseres ist so ein bisschen funny so ein bisschen witzig aber das vom Gegner ist ähm straightforward control was was ich echt echt nicht echt nicht zu beachten ist hier plus ähm ich muss hier den da rausnehmen sonst hab ich verloren und ich lege diese Karte unter das Deck und zieh eine andere uh Barbarian Class uh Barbarian Class oh mein Gott die muss durchkommen ah Glass Casket Glass Casket äh ruiniert mir hier so ein bisschen den Tag weil wenn er jetzt Glass Casket spielt dann äh nimmt er mir das Ding oh er spielt das nicht hat er dann noch einen Brazen oder sowas hm ich weiß es jetzt nicht oder er will die Uhr aktivieren nochmal ein Glass Casket den er aber nicht mehr spielen kann ok ja äh ich würde sagen probieren wir einfach mal go for it ähm Mountain Barbarian Class Pump up Barbarian Class und dann probieren wir mal zu gewinnen 14 das ist nur einer das ist nur einer das ist zu wenig das habe ich kaum gesehen aber das ist zu wenig ah so knapp da hätte man besser würfeln müssen aber ja so funktioniert das Deck es ist ganz witzig hätte ich jetzt ein Mana mehr könnte ich sogar noch der Fiery Profit hier drauf spielen und gewinnen aber so keine Chance mehr aber ihr habt gesehen wie das Deck funktioniert und ähm was das Deck tun will und auch aus solchen Situationen kommt das Deck noch raus das ist ganz witzig dementsprechend gucken wir uns das gerade nochmal an ja das Pixie Deck ist glaube ich so das Meme Deck was heute rumläuft weil alle Leute Bock haben mit diesem W20 zu würfeln und ähm damit halt wirklich mit ihr mit Delinea ähm ordentlich auf die Schnauze zu hauen das Deck funktioniert auch ganz gut und es kann ganz schnell ganz viel Damage machen dementsprechend äh es ist ein sehr cooles Deck und es bleibt auch ein bisschen da Roll Dice hat Support bekommen das Deck ist nicht teuer das Deck kann man mal spielen vieles davon bleibt auch nach der Rotation drin außer der Rot und Blau Removal aber das kriegt man schon hin dementsprechend äh schaut euch das Deck an ich hoffe ihr hat Spaß wir sehen uns beim nächsten Mal bis dein neuer Black Set ciao ciao